Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Erinnert ihr euch noch an das Abschiedslied für Frau Höchst? Ja? Okay, sehr gut, denn das üben wir jetzt nochmal. Heute wird nämlich Frau Höchst verabschiedet. Okay, mi, 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 1, 2, 3, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, bleib nicht so lange fort. Die Zeit mit dir, dir so schön. Nur lastisch, genial. Okay, los geht's mit der Geschichte. Frau Höchst. Frau Höchst feiert heute ihren Abschied, weil ihr Baby bald geboren wird. Die Kinder haben alle etwas zum Frühstücken mitgebracht. Es wird gemeinsam gegessen. Dann bekommt Frau Höchst einen großen Bilderrahmen, in dem von jedem Kind ein Foto aufgeklebt ist. Am Rahmen hängt eine Karte. Alle haben etwas reingeschrieben. Kiki hat geschrieben, vergiss uns nichts. Und Jana, ich werde dich ganz doll vermissen. Am Ende des Schultages setzen sich alle in einen Kreis. Ich werde euch auch sehr vermissen. Aber ich komme ja wieder, sagt sie. Kommst du uns mit dem Baby besuchen? Fragt Josi. Na klar, verspricht die Lehrerin. Sophie fängt an zu weinen. Sie ist noch nicht so lange in der Klasse und hängt sehr an Frau Höchst. Da klopft es an der Tür. Einige Eltern kommen mit einem riesen Blumenstrauß herein. Frau Höchst umarmt jedes Kind. Jetzt weint sie auch. Timo geht schnell raus. Er will auf gar keinen Fall weinen. Kiki drückt Frau Höchst. Das ist gar nicht so einfach mit dem Babybauch. Als die Kinder endlich alle draußen sind, gehen Timo, Kiki, Jana und Josi langsam nach Hause. Keiner hat Lust, etwas zu sagen. Ich schreibe Frau Höchst gleich eine ganz lange E-Mail, sagt Josi dann doch. Stimmt. Das hat Kiki ja schon fast vergessen. Frau Höchst hat den Kindern ihre E-Mail-Adresse gegeben und versprochen, jede E-Mail zu beantworten. Ja, das mache ich auch, freut sie sich. Was wollt ihr denn jetzt schon schreiben? Wir haben sie doch gerade noch gesehen, wundert sich Timo. Na und? Es gibt ja immer genug zu erzählen, meint Jana. Ah, Mädchenkram, grinst Timo. Jana bückt sich und bewirft Timo mit einer alten Eichel. Er wirft sofort zurück. Kreischend und lachend bewerfen die Kinder einander. Als sie zu Hause angekommen sind, fühlt Kiki sich schon besser. Es ist schwer, sich von jemandem zu verabschieden, den man gerne hat. Gott weiß, wenn wir es schwer haben. Er ist für uns da. Ja, zum Beispiel, indem er uns Freunde und Familie gibt, die uns dann trösten und ablenken. Und ich glaube ja immer noch, dass Kiki und Timo einen ganz tollen neuen Lehrer oder eine ganz tolle neue Lehrerin bekommen. Aber natürlich werden sie Frau Hücht jetzt erst mal vermissen. Das ist ja ganz klar. Und völlig klar ist auch, dass ich morgen wieder hier bin. Und zwar mit einer neuen Geschichte. Das wird super. Bis denne Antenne. Das ist ja ganz klar.